Ich begrüße euch ganz herzlich zum zwölften Spieltag. Wir treten zu Hause gegen den FSV Frankfurt an. Das dürfte interessant werden. Wir haben ja die letzten beiden Spiele beide gewonnen, beziehungsweise haben wir bis jetzt alle Spiele gewonnen, um ehrlich zu sein, außer einmal unentschieden gespielt. Das war am zweiten Spieltag beim KSC, glaube ich. Und ja, wir fangen jetzt mal direkt hier an und hoffen mal, dass es weiterhin für uns so gut läuft wie bisher. Und wollen wir gleich mal mit einem... Ah, nee, doch nicht. Oder doch, 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 wir wollen gleich mal mit einem Angriff starten. Zumindest einem Angriffsversuch. Ja, es bleibt bei einem Versuch. Schön. Und da läuft der Fiel. Der kann gleich in den freien Raum passen. Tut er das? Macht er das? Er macht es aber leider bringt das nichts. Keine Torausbeute für die Torjäger, die in der Mitte standen. Schade. Wirklich schade, muss ich mal so sagen. Okay, nö. Bäm. So weit. So weit und nicht weiter. Bis dahin. Nicht weiter. Und... Mensch, Gott. Tor für Dynamo Dresden durch Uali in der neunten Spielminute. Unglaublich. Das geht ja heute noch wieder fix. Schneller als die Polizei erlaubt. Schneller als der DFB erlaubt, ungemerkt. Bäm. Was für ein Hammerding. Da sitzt die... Da ist die Kiste im Sack. Die Katze im Sack. Und zugeschnürt das Ding. Sehr schön. Nein. Oh, der Pass war schlecht. Der Pass war mega beschissen. Super beschissen. Na, sehr schön. Hast du... Hast du sicher. Schön gemacht, Junge. Damn it. Randa. Nee, es kommt schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, geh. Geh hin. Sehr schön. Angriff. Nein. Was ist denn heute los? Oh Gott. Die Falkworter stehen echt gut hinten, muss ich zugeben. Oder ich bin einfach heute zu schlecht. Na, komm schon, immer weiter rangehen hier. Was ist da los? Los. Schön. Ah, verdammt. 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 Ich sei noch eins. Ah. Da war wieder so ein Scheiß Pass, Mann. So ein Fail Pass. Komm schon. Sehr schön. Oh, nicht schön. Unschön. Boah, das wird echt... Eine schwere Partie heute, liebe Freunde. Eine ziemlich schwere Partie. Habe ich so im Blut. So im Gefühl. In der Magengegend. Jetzt komm schon, da bist du doch komplett frei. Sehr schön. Schick nochmal Trojan. Sehr schön. Noch schöner. Oh mein Gott. Aber Freistoß für uns. Das ist die Gelegenheit. Schade. Der Dedic kann nochmal abziehen. Das macht er auch. Aber leider bringt dieses Vorhaben nichts ein. Schade drum. Da verwurschteln die sich gerade da. Und jetzt sind wir wieder am Start. Mit der Kugel. Flanke. Ach, schade. Aus dem Winkel zu treffen. Per Kopfball ist aber auch echt schon ein kleines Kunststück eigentlich. Oh, auf die Latte. Mein Gott. Das war aber auch eine schöne Chance, oder? Bäm. Hat er reingeflankt und dann auf die Latte. Meine Herren. Das hätte auch drin sein können, das Ding. Also Glück für die Frankfurter. Aber auch was für ein Glück. Ohne Spaß jetzt. Oh. Einwurf. Schnell. Sehr schön. Und jetzt komm schon. Do it. Nein. Oh Gott. Gibt's doch gar nicht. Bäm. Aber leider nicht drin, die Kugel. Sehr schön zurückerobert. Spiel nochmal ab. Yo, Dedic. Mach das. Oh mein Gott. Nein. Warum, warum ziehst du nicht richtig, Junge? Hast du heute dein Zielwasser nicht getrunken? Hast du deine Medizin nicht genommen? Ich glaub es ja nicht. So eine Chance lässt er aus, Mann. Unbelievable. Unbelievable. Lucia. Noch doch. Diric. Jetzt aber. Oh nein. Damage Wade. Das war ganz knapp, Alter. Kurz vor zwölf. Ganz kurz vor zwölf. Eine Sekunde. Eine Millisekunde. Eine Mikrosekunde. Schöne Flanke. Aber nicht schön genug. Nicht schön genug, dass daraus ein Tor resultiert. Oh. Come on. Oh. Oh. Nein. 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 Das war der Ausgleich für die Frankfurter. Verdammt nochmal. Oh. War das dumm von mir. War das dumm. Okay. Jetzt steht es wieder 1-1. Ist das wieder alles komplett offen? Aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Gleich der Gegenschlag. Oh. Aber Ecke für uns. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gucken, ob wir daraus jetzt hier die erneute Führung herzaubern können. Jo. Hartmann nach der Ecke. In der 45. Wieder zu uns 2-1. Mein Gott. So schnell kann das gehen hier im Fußball. Was ein schnelllebiges Geschäft hier. Schönes Ding. Wirklich. Und damit können wir noch ganz entspannt in die Halbzeit gehen, würde ich mal sagen. Jetzt darfst du abpfeifen, Schiri. Dankeschön. Jo. Wir füllen mit 2-1, würde ich mal so behaupten. Und wir springen jetzt sofort in die nächste Hälfte. Und sind mal gespannt, wie es weitergeht hier im Spiel gegen den FSV Frankfurt. Gut. Didic. Junge. Komm schon. Mach was draus. Ah. Mach was draus, habe ich gesagt. Nicht verlier den Ball. Hui. Mensch. Der ging aber ganz knapp drüber, ne? Da habt ihr nochmal Glück gehabt. So, jetzt laufe ein Freund. Oh Mann. In 1-1-Duellen ist der momentan irgendwie nicht so der Krösius. Der gute Didic. Hab ich so das Gefühl. Mensch. Flitter nicht den Ball. Nein. Nein. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Freistoß für uns. Oh Mann. Da stand der Didic leider blöderweise im Abseits. Das kann doch keiner ahnen oder sehen. Ha. Dass der da im Abseits steht. Oh, schade. Oh, schade. Komm schon. Yes. 3-1 durch 4L. Wunderschön. Wunderschön in der 58. Spielminute. Komm schon. Das geben wir uns jetzt nochmal hier. Bäm. Wie er den da angenommen hat, sich gedreht hat und dann einfach mal abgezogen und drin ist die Kugel. Unglaublich. Unglaublich. Schönes Tor. Wirklich. Nein. Oh Gott. Geh doch hin. Nein. Verdammt. Das ist nochmal 4L. Ah, schade. Das zweite Mal sollte es also nicht sein. Zumindest noch nicht. Bäm. Auf Didic. Der hat jetzt die volle Ballkontrolle. Oh, wo spielt der denn hin, Mann? Der sollte auf Trojan spielen. Die olle Kack. Nein. Das war gar nicht Trojan. Hartmann war es, glaube ich. Oder war irgendwer anders hier. Jo, es war Hartmann. Oh, come on. Jetzt muss ich hier auf die leichte Schulter lehnen. Oh, wo spielt der denn hin? Trojan, Junge. Wo spielst du schon wieder hin, Mann? Bist du besoffen oder was? Oh, schade. Dann hätte er noch kriegen können. Aber leider nicht. Und die FS-Faule haben gerade einen Wechsel getätigt. Lauf, komm. Zieh an, Junge. Schön. Schön. Oh, nein. Zieh an, weil der passt zu kurz. Meine Güte hier. Bäm. Einfach mal raushauen mit der Kugel. Einfach mal raushauen die Kugel. Auf gut Glück. Und das Glück war uns heute. Denn Fiel hat den Ball hergekommen. Läuft jetzt durch. Und er kann schießen. Und nein. Er kann doch nicht schießen. Spiel den Ball nochmal ab, Trojan. Sehr schön. Geht sich durch. Komm schon. Dedic. Mach was draus, Junge. Trojan. Yes. Das ist das 4 zu 1. Damit ist die Katze wohl im Sack. In der 80. Minute macht Trojan das vierte Tor für Dynamo. Damit stehen wir hier wohl als Sieger fest, würde ich mal sagen. Sehr schön. So wollten wir das haben. Läuft ihr jetzt da. Den kriegt er nicht mehr. Den kriegt er nicht mehr. Verdammte Scheiße. Aber jetzt kann er sich vielleicht nochmal durchsetzen. Ja. 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 Komm schon. Flank einfach. Auf Trojan. Der zieht nochmal ab. Und leider vorbei. Leider vorbei. Mensch. Und die Frankfurter wechseln nochmal. Und wir haben Eckstoß. Führen den sofort raus. Und. Und. Nein. Leider nicht. Aber Trojan kann jetzt hier nochmal was machen. Der zieht doch ab. Aber wird leider wieder abgeblockt. Sein Schuss. Und in circa drei Minuten ist die Partie auch schon vorbei. Zumindest wenn es keine Nachspielzeit gibt. Und die gibt es ja meistens. Ein- und in Nachspielzeit. Und die Frankfurter hatten zum Schluss dann eine Großchance. Auf zwei zu viel hier zu verkürzen. Aber leider. Was ist leider? Zum Glück haben sie die Vertan. Diese Chance. Und damit gehen wir als Sieger vom Feld. 4 zu 1 triumphieren wir über den FSV Frankfurt. Die Tore bei Dynamo von Uali, Hartmann, Fjell und Trojan. Und bei den Frankfurtern von Lecky. Ich verabschiede mich jetzt. Und wir werfen noch einen ganz schnellen Blick auf die Tabelle. Bis gleich. Und damit wären wir auch schon bei der Tabelle des zwölften Spieltags angekommen. Ja. Es hat sich eigentlich wieder nichts verändert. Kann man so sagen. Klar. In der Mitte verschiebt sich immer ein bisschen was. Aber. Ich konzentriere mich ja mit meinem Blick auf die Tabelle immer nach oben. Wo wir stehen. Und halt in den Tabellenkeller. Weil diese Mannschaften halt absteigen. Und wie gesagt. Da ist alles bei Malten geblieben. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt endgültig. Und sage dir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.